Hallo zusammen, Testbericht Sigma 60-600, in dem Fall einer Sony A7 IV. Das Objektiv gibt es aber auch für L-Mount, die Variante habe ich mir aber nicht angeschaut. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr wissen wollt zu dem Objektiv. Bin dann losgezogen, habe ein paar Fotos gemacht, habe mir die angeschaut. Und in diesem Video beantworte ich alle eure Fragen, nämlich Autofokus, natürlich Schärfe, auch Verschärfe auf verschiedenen Brennweiden, Praxistauglichkeit, Kopflastigkeit mit dem doch nicht ganz kleinen Objektiv. Da kommen wir gleich drauf, warum das gar nicht so entscheidend ist. Und so weiter. Also das, was ihr mir auf Instagram gefragt habt, das beantworte ich in diesem Video. Ich fange oben an. Größe, Gewicht. Zum Ersten muss ich sagen, das ist nicht, ich zeige mal Vergleiche zwischen dem 150-600 und dem 60-600 und vergleiche dazu das 100-400 von Sigma. Das 100-400, man sieht es offensichtlich, auch wenn ich hier das Objektiv ausfahre. Also es hat einen Bruchteil von Größe und Gewicht. Und der entscheidende Punkt ist, das 100-400, das passt in den Fotorucksack rein. Gerade wenn du Landschaftsfotograf bist, reisen willst. Ich war damit in Island zum Beispiel, Island, Landschaftsfotografie gemacht. Aber ich habe damit natürlich auch mal die Papageientaucher fotografiert, also Tiere. Ich bin halt sehr, sehr flexibel. Und das Entscheidende ist, bei dem 100-400, das ist relativ kompakt und auch relativ leicht und auch bezahlbar. Und das passt in den Fotorucksack rein, kennst du. Drohne, Filter, Kamera, zwei, drei Objektive und der Rucksack ist zu klein. Ich rede gar nicht von Gewicht, das kann man trainieren. Aber der ist halt einfach voll irgendwann, der Rucksack. Gerade wenn man auch noch fliegen möchte. Und dann ist das ein Problem. Das Objektiv ist meiner Meinung nach für mich, für meinen Einsatzbereich als Landschaftsfotograf, ist es zu groß, weil es nicht in den Fotorucksack passt, mit dem ganzen anderen Zeug, das ich dabei habe. Dann kannst du sagen, ich habe zu viel Zeug dabei, ja, aber das brauche ich ja nun mal. Und deswegen kommt es für mich überhaupt nicht in Frage, weil es einfach zu groß ist vom Paktmaß her. Das ist aber, wie gesagt, vergleichbar zu dem 150-600. Wenn du vor allem Tierfotografie machst, dann ist das halt so. Dann muss man damit leben. Und dann hast du auch einen entsprechend großen Rucksack. Und dann spielt es keine Rolle, welchen von beiden du hast. Das ist Objektiv. Das Neue ist ein bisschen schwerer als das 150-600, aber nicht relevant schwerer. In der Praxis, ich bin mit beiden rumgelaufen im Tierpark, in der Praxis merke ich keinen Unterschied. Die sehen quasi gleich aus, sie tragen sich gleich. Also ich musste immer raufgucken, welches habe ich jetzt dran. Es ist nicht so, dass ich das auffällig gemerkt hätte. Während, das hätte ich gemerkt. Da war klar, ja okay, ich habe das Kleine dran. Deswegen, Größe, Gewicht ist, wie es ist. Das wäre für mich jetzt völlig irrelevant, ob nun das 60-600 oder das 150-600. Weil das ist die entscheidende Frage, glaube ich. Welches von beiden soll man nehmen? Ansonsten, Haptikverarbeitung. Es ist sehr hochwertig verarbeitet. Es ist wetterfest. Das heißt, ich habe den Zoom-Bereich. Der ist schön angenehm schwergängig. Nicht schwer, schwer. Für Filmer vielleicht zu schwer. Aber für mich als Fotograf ist es auf jeden Fall sehr angenehm. Ich kann den locken. Dann ist der fix auf verschiedenen Zoom-Stufen. Und das geht halt nicht immer. Da musst du so ein bisschen einrasten. Zum Beispiel auf 300, 400, 600. Und so, das heißt, ich kann rumlaufen und das Objektiv fährt nicht aus oder sowas. Sondern es bleibt halt da, wo es ist. Das ist bei großen Objektiven. Die meisten haben das. Und das ist sehr sinnvoll. Der Fokusring ist nicht riesig, aber groß genug. Der ist in der Daumenbreite. Der ist auch sehr präzise. Ich wurde gefragt, ob der Spiel hat. Nee. Also nicht, dass ich es feststellen könnte. Sondern man kann sehr präzise damit manuell fokussieren. Was gerade in der Makrofotografie natürlich schon ein Thema ist. Ansonsten, ein sehr nützliches kleines Detail ist, dass ich die Objektiv-Schnalle habe. Die ist schon Swiss-Arca-kompatibel. Da muss ich nicht noch was ranschnallen, sondern ich kann das Objektiv direkt so auf Stativ setzen. Kleines Detail, was aber natürlich sehr nützlich ist. Wer war schon mal mit der Kamera unterwegs, hat die Stativplatte vergessen. Kennen wir alle. Das kann damit dann nicht passieren. Ansonsten habe ich einen ganzen Haufen Buttons. Autofocus, Manuellfocus natürlich. Dann Autofocus in drei Stufen. Das ist sehr nützlich. Also kompletter Zoom-Bereich. Dann 6 Meter bis unendlich. Und Nahbereich bis 6 Meter. Ja, das wirst du auch kennen wahrscheinlich, wenn du mit Tele hin und wieder arbeitest, dass es manchmal schwierig ist für den Fokus, was zu fokussieren, was nah dran ist, weil er nicht recht weiß, nah, fern oder ein Pumper. Und das kann man damit also verhindern. Bildstabilisierung natürlich. Und zwar einmal die ganz normale. Und dann auch einmal für, wenn man Mitzieher machen möchte. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Bildstabilisierung kann ich zeigen im Videobereich. Da sieht man das ziemlich gut. Jetzt ist der Bildstabilisator aus. Ich zeige mal diesen Videoclip. Der ist mit Bildstabilisierung. Und hier der Vergleichsklip ohne Bildstabilisierung. Die Bildstabilisierung in der Kamera ist dabei aber an. Es ist ein rechter Unterschied und total sinnvoll. Und beim Fotografieren natürlich auch. Bei langen Brennweiten 600 Millimeter oder an APS-C vielleicht sogar 900 Millimeter. Dann ist das natürlich ein Thema. Und zum Schluss habe ich noch drei programmierbare Buttons. Je nachdem, Hochkant, Querformat. Man hat, egal wie man die Kamera hält, man hat eigentlich immer einen Button im Daumenbereich. Wenn du also diese Function-Buttons nutzt, dann hast du sie. Ich selbst nutze sie gar nicht. Aber ich weiß, viele von euch können nicht mehr ohne leben. Das ist natürlich eben frei gelassen. Praxistauglichkeit. Ich glaube, der wichtigste Punkt, das Objektiv nimmt man ja vor allem, weil man diesen Zoom-Bereich haben will. Mich haben mehrere Leute gefragt, wie praxistauglich oder wie nützlich ist der Zoom-Bereich 60, 600. Das kann ich dir nicht sagen. Für mich ist der irrelevant. Für mich wäre der Bereich 60 bis 400 relevant. Die 600 Millimeter brauche ich eigentlich nicht, weil ich keine Tiere fotografiere. Und für Landschaft ist 400 schon sehr, sehr viel. Das heißt, das hängt ja davon ab, was du damit machen möchtest. Ich zeige aber nebenbei mal, wie viel das ist. 60, 400 und 600 Millimeter. Interessanterweise zwischen 400 und 600 ist es optisch gar nicht mehr so furchtbar viel. Es wirkt nicht mehr so markant wie jetzt zwischen 60 und 400. Das ist so ein bisschen am Rande. Aber das ist natürlich die Frage, was macht man damit? Vielleicht ein Detail, wenn du jetzt das Gefühl hast, du willst viel diesen Zoom-Bereich nutzen, weil du vielleicht, keine Ahnung, was Sportliches fotografierst, wo du mal nah ran willst und mal fern sein willst. Man wundert sich, wie lange man hier zoomen muss. Weil das Ganze natürlich auch relativ schwer ist. Und im Tierpark war ich jetzt ein paar Mal so, dass ich das halt durch den Zaun durchschieben musste natürlich. Und dann, das heißt, ich komme da nicht so gut ran. Und dann muss ich hier tatsächlich überraschend lange, jetzt kann ich die Kamera nicht mehr halten. Das heißt, ich muss dann nochmal umgreifen. Und ich bin dann tatsächlich überraschend langsam mit dem Wechsel zwischen 60 und 600. Weil ich 60 Millimeter, jetzt will ich auf 600 gehen, breche mir den Arm und muss dann nochmal umgreifen. Das ist nicht tragisch. Das liegt in der Natur der Sache. Das zeigt einfach, wie viel dieser 10-fach-Zoom-Bereich ist. Aber man hat ihn, also für den Fall, dass du ihn brauchst, du hast ihn. Ich zeige, wie er aussieht. Ich weise aber wirklich darauf hin, dass man nicht super schnell hin und her schreiten kann. Speaking of super schnell, der Autofokus ist nicht final. Das hat Sieg mal sehr deutlich mir gesagt, dass es eine finale Firmware geben wird, wenn das Objektiv rauskommt. Die habe ich nicht drauf. Deswegen habe ich keinen speziellen Autofokus-Test gemacht. Für alles, was ich gemacht habe, war der Autofokus aber super schnell. Also super schnell. Weil wieder 600 Millimeter und dann vom Nahbereich auf 3, 4 Meter und dann auf unendlich quasi. Dann ist das ja, da muss ich ja richtig was bewegen. Und das ist sofort da. Also man spürt null Verzögerung. Ganz auffällig, der ist extrem schnell. Wie treffsicher der? Tatsächlich ist bei spielenden Kindern, rennenden Hunden und so weiter, habe ich wie gesagt nicht ausprobiert, weil keine finale Firmware. Flair, also in die Sonne reinhalten. Das Objektiv hat ziemlich starken Flair. Das ist natürlich ein riesen Objektiv. Wenn man hier mal die Objektiv, die Gegenblende abnimmt. Das hat 105 Millimeter, glaube ich, Filterdurchmesser. Das ist halt einfach riesig natürlich. So, das heißt, man hat starken Flair. Den hat man aber sehr selten, weil du durch den Zoom natürlich einen ganz kleinen Bildausschnitt hast und dann auch noch die Gegenlichtblende hast. Das kann aber ein Thema sein, wenn du in die Sonne rein fotografierst, wenn du tatsächlich Silhouetten vor der Sonne fotografieren möchtest oder sowas. Dann ist es natürlich so, dann musst du mit dem Flair leben. Der ist auch attraktiv, ist aber relativ deutlich. Das hat sie immer sonst nicht so deutlich. Liegt wahrscheinlich einfach, wie gesagt, daran, dass es eine riesen Glasscheibe ist da vorne. Bokeh. Das Bokeh ist natürlich unheimlich wichtig. So, jetzt ist ein bisschen folgendes Problem. Man hat natürlich offenblendig, ist ja nicht offenblendig im Sinne von offenblendig. Der Kompromiss bei diesem Objektiv ist natürlich verglichen mit einem richtigen Profi-Tele, sag ich mal, für Tierfotografen, so ein 400 Millimeter 2.8 oder 400 Millimeter oder 600 Millimeter F4 oder sowas halt. Da hast du natürlich ein ganz anderes Bokeh. Das muss man einfach natürlich nochmal hervorheben, dass man den Hintergrund, wenn du den Hintergrund unscharf machen willst, das kannst du eigentlich nicht, also nur für Sachen, die sehr nah dran sind, lass dich nicht täuschen von Testfotos. Wenn du Testfotos siehst von kleinen Spatzen und so weiter und du dann das Gefühl hast, ja, Hintergrund super unscharf und so weiter. Ja, weil der Spatz drei Meter weg ist, aber wenn du jetzt Hirsche fotografieren willst, alles, was ein paar Meter weg ist, vergiss es, dass du den Hintergrund unscharf machen kannst. Das liegt in der Natur der Sache. Das geht natürlich nur sehr bedingt. Dementsprechend ist das Bokeh zwar wichtig, aber natürlich nicht so wichtig wie bei einem 400 Millimeter 2.8, weil das ist natürlich schon eine andere Hausnummer. Es ist ein bisschen schwierig jetzt. Auf dem Test hier bei mir im Studio ist das Bokeh sehr attraktiv. Draußen in der Praxis mit so Laubzeug, alles ein bisschen unruhig, fand ich es jetzt persönlich nicht super attraktiv, aber das ist persönliche Meinung. Ich zeige die Bilder, da kannst du dir deine eigene Meinung bilden und das selbst bewerten. Aber ich betone nochmal, der Hintergrund ist dann natürlich nicht wirklich unscharf. Also ein bisschen, aber nicht furchtbar. Nicht so viel, wie man das erwarten würde, eigentlich bei 600 Millimeter. Vor allem, weil man dann halt auch bei Blende 6 ist und nicht 2.8 oder 4 oder so. Das sieht man schon. Sorry, wenn ich das so sagen muss. Da habe ich tatsächlich überlegt, ob ich das überhaupt nochmal betonen soll, weil das willst du natürlich nicht hören. Du willst ja jetzt hören, dass das 400 Millimeter 2.8 lohnt sich nicht oder das 600 Millimeter lohnt sich nicht, sondern das ist fast genauso gut. Nein, das ist nicht. Also es hat schon einen Grund, warum die anderen Objektive so viel teurer sind. Der Chris Krauler hat auch lange mit dem 150-600 gearbeitet, glaube ich sogar. Aber man sieht ihm tatsächlich an, das ist so der typische Fall, wo man sagt, ja okay, man sieht, dass er eine neue Ausrüstung sich gegönnt hat letztes Jahr. Das sieht man den neueren Bildern tatsächlich an. Zum Beispiel beim Thema Bokeh, zum Beispiel beim Thema Freistellen und zum Beispiel beim Thema ISO, weil das geht natürlich ein bisschen Hand in Hand, wenn du auf Blende 6, 3 bist. Wir haben Januar, ich war mittags im Tierpark, mittags, die Sonne hat geschienen, also heller geht nicht. Klar, es war zwischen den Bäumen und so, aber ja klar, natürlich sind die Tiere zwischen den Bäumen. Und ich war immer auf ISO 6000, 10.000, 12.000. Das ist nicht schlimm bei der Sony, die kann das ab, aber gerade wenn du mit einer APS-C Kamera unterwegs bist, vielleicht noch eine 6.300 hast und dann auf ISO 12.000, weißt du selbst, das ist ein bisschen das Problem. Das ist halt immer ein bisschen der Kompromiss zwischen sehr kurzen Verschlusszeiten, weil die Tiere nicht stillhalten, wenn du Tiere fotografieren möchtest und halt eben längere. Das ist natürlich irrelevant, wenn du damit Flugzeuge fotografieren möchtest am Tag oder sowas. Dann hast du natürlich mehr Möglichkeiten. So, jetzt müssen wir noch über Schärfe reden. Das Objektiv ist überraschend scharf, 60, 600. Als Sigmar mir das geschrieben hat, habe ich gesagt, das kann ja nur eine Gurke sein. Nee, also extrem scharf, für so ein Objektiv extrem scharf. Die Frage für dich ist ja jetzt wieder der Vergleich mit dem 150, 600 oder meinetwegen von Tamron gibt es ja auch so einen super Tele-Zoom mit starkem Zoom-Bereich. Das ist halt immer ein bisschen die Frage, das sind Nuancen. In der Praxis ist das, glaube ich, nicht relevant. Und jetzt sagen wir, welches schärfer ist. Am Test-Shot hatte ich jetzt das Gefühl, dass 60, 600 ist ein Tick schärfer, aber ich habe mir schon ein paar Testberichte angeschaut, da war ich immer ein bisschen die Meinung, dass das 150, 600 schärfer ist. Jetzt kann es sein, dass mein 150, 600 nicht super scharf ist. Das weiß ich nicht. Das ist natürlich auch immer ein bisschen Serienstreuung. Jedenfalls sind die Unterschiede so, dass man sie am Test-Chart so ein ganz bisschen sieht. In der Praxis ist das, glaube ich, nicht relevant, vor allem nicht in der Mitte. Die Objektive sind relativ scharf. Wenn man sich das Testbericht von dem Christopher Frost zum Beispiel anschaut, der macht sehr gute Reviews, der war sehr am Schwärmen, der hat gesagt, super scharf und so weiter, kann ich so nicht bestätigen, im Sinne von super scharf verglichen mit dem 400mm 2.8, das ich dummerweise zurzeit habe. Deswegen bin ich da ein bisschen verwöhnt. Aber im Sinne von meiner Erwartung für ein 60, 600, da habe ich sowas gesagt, ja, puh, habe ich nie mit gerechnet, dass das so gut ist. Also das ein bisschen so für den Preis, sehr scharf und sehr, sehr gut. Und sehr angemessen auch der Preis, der nicht ganz günstig ist für das, was das Objektiv leistet. Wenn du dir die Selbstmeinung machen willst, ich habe auf zielfoto.com, da gibt es einen Testbericht natürlich zu der Kamera, zu dem Objektiv. Und da habe ich eine Reihe Bilder in voller Auflösung hingeladen. Das heißt, du kannst die 33 Megapixel Bilder runterladen als JPEG. Dann kannst du auch mal ein bisschen reinzoomen und dir selbst eine Meinung bilden, falls du da reinpixelpiepen möchtest. So, und dann noch schnell Vignette. Vignette hat das Objektiv natürlich ziemlich doll offenblendig. Wenn man abblendet, wird die weniger. Aber da das Objektiv sowieso schon so lichtschwach ist, will man ja nur sehr selten abblenden wollen. Das heißt, mit der Vignette muss man leben. Die kann man in Nachbearbeiten korrigieren. Aber das ist natürlich wieder das Problem. Ich bin auf ISO 12.000 und muss dann noch die Ränder aufhellen. Das heißt, da geht noch mehr Rauschen rein in den Rändern. Andererseits kann man natürlich argumentieren, man wird meistens sowieso eine Vignette haben wollen, gerade wenn man Tiere fotografiert. Man hat in der Mitte den Spatz und will dann drumherum die Vignette haben, dann hat man sie schon. Also es liegt in der Natur der Sache. Irgendwo muss der Kompromiss natürlich sein. Fazit. Für mich persönlich ist das Objektiv einfach nichts. Ich habe das 150, 600, wie gesagt. Das benutze ich eigentlich nie. Ich habe das halt, aber benutze es nicht, weil ich einfach keine Tiere fotografiere. Und für Landschaft, habe ich es deutlich gesagt, glaube ich, benutze ich viel, nehme ich gerne mit, einfach mal pauschal mitnehmen, vorsichtshalber. Eine Alternative wäre ein 70, 200, der F4. Aber 100, 400 bin ich natürlich flexibler. So mal auf 300 Millimeter gehen können. Warum nicht, wenn da plötzlich doch irgendwie der Papageientaucher auftaucht? Deswegen, das ist für mich super praxistauglich, das ist für mich halt gar nicht so. Aber das bin jetzt ich, der Landschaftsfotograf. Du als Tierfotograf wirst damit wahrscheinlich sehr viel Freude haben. Du als, da kenne ich mich jetzt gar nicht mit aus, aber ich hatte gelesen, dass das gerade auch bei Flugzeugfotografen ein Thema ist. Weil so ein Flugzeug, mal ist es nah dran, wenn es startet, dann ist es irgendwo im Himmel weit weg. Das heißt, dieser 60, 600 Bereich ist scheinbar für Flugzeugfotografen sehr praxistauglich. Keine Ahnung, korrigiere mich gerne im Kommentar. falls es für dich anders ist. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, das war hilfreich. Ich hoffe, du konntest dir ein bisschen bessere Meinung machen, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. 60, 600 oder 150, 600. Die Frage ist halt einfach, brauchst du diesen Zoom-Bereich? Wenn du den nicht brauchst, ist das 150, 600 wahrscheinlich sogar ein Stück schärfer und deutlich günstiger und auch noch leichter. Da gibt es kein Argument für dieses Objektiv. Aber andererseits, wenn du den Zoom-Bereich brauchst und stattdessen sonst zwei Kameras hättest und zwei Objektive, dann ist es natürlich viel charmanter. Das ist der springende Punkt. Ansonsten, tolles Objektiv, was Sigma da wieder abgeliefert hat. Aber halt nicht für jeden. Das muss man sehr deutlich sagen, weil, ne, ich zeige es noch ein letztes Mal, das ist fast so groß wie ich. Also so groß wie der ganze Oberkörper, ne? Kann ich mich entscheiden, trage ich meine Tochter oder trage ich das Objektiv? Und dann trage ich lieber die Tochter ab. So, also, ich hoffe, das war hilfreich. Wenn du es dir kaufst, ganz viel Spaß damit. Wenn du das 150, 600 hast, wirst du damit wahrscheinlich genauso viel Spaß haben, wäre so meine Meinung. Weil das ist tatsächlich ein sehr gutes Objektiv, Preis, Leistung und so weiter. Und das hier auch, aber die Zielgruppe ist einfach deutlich kleiner, weil dieser 60 bis 150 Millimeter Zoom-Bereich nicht für jeden relevant ist. Jetzt fange ich an zu labern, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.